Hallihallo und hier ist auch schon wieder euer Ben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming of Ben, zu einer Spezialfolge. Und ja, ich habe vor kurzem aus richtig langer Weile oder halt aus Interesse auch, da ich ja auch damals schon einige Filme so gemacht habe, halt Indie-Filme gemacht habe, Horrorfilme und so weiter, habe ich mir gedacht, ich könnte ja mal ein bisschen wieder aktiv werden. Und habe einen WhatsApp-Film gemacht, so gesehen, einen WhatsApp-Horrorfilm, der genau in den Status reinpasst und genau 30 Sekunden geht. Und da habe ich mir gedacht, ja, den kannst du ja auch mal bei YouTube hochladen und den werde ich euch heute zeigen. Genau diese spannungsvollen, überzüglichen, bahnbrechenden 30 Sekunden, also das kann man sich schon mal geben. Und Bearbeitungszeit, um das vielleicht nochmal zu sagen, generell, ein Film geht ja meistens länger halt und der Film wäre ich ja eigentlich gewesen, so gesehen, ich habe den schon so gut gepackt, wie es geht, wäre eigentlich gewesen um ungefähr zwei Minuten, naja, ich habe den jetzt gekürzt auf 30 Sekunden so ungefähr. Und das hat eine gute Bearbeitungszeit gedauert mit Aufnahmen und alles von drei Stunden habe ich gebraut, um das Ganze zusammenzuschneiden und so weiter und so fort. Das passiert, wenn man langweil hat. Und ja, den würde ich euch heute einmal zeigen. Wollte ich noch was sagen? Ich weiß nicht. Nö, ich sage von hier aus schon mal, bevor der Film startet, hoffe, er gefällt euch. Wenn ja, bitte liken, kommentieren und rechts Abonnier-Button, raufklashen, dashen, smashen, damit ihr nichts mehr verpasst von mir, Gaming with Ben. Und, äh, was wollte ich noch sagen? Ah ja, geht gerne auch mal auf gamingwithben.jimdick.com. Da gibt es die aktuellsten Gaming-News, Previews, äh, Testberichte, auch zuletzt, äh, der Testbericht zum Comic Call of Duty Zombies, der ist ja auch jetzt online, das Comic ist ja vor ein paar Tagen erschienen. Und, ja, und der Film, ich weiß nicht, ob es da ganz klar wird, ich hoffe doch, aber ich werde jetzt nicht weiter spoilern. Und nun geht's auch schon los. Achso, und bis zum nächsten Mal bei Gaming with Ben immer schön flauschig sein und natürlich bis dahin immer schön weiter zocken. Also, äh, Tschüsseli. So, jetzt erstmal schön Gassi gehen, wa? Gassi gehen, wa? Gassi gehen, wa?